Die Top 5 Unglaublichen Wetterfakten Fakt 1 Der Blitz ist ein Resultat des Donners. Der Schall des Donners reibt hierbei an der Wolkendecke des oberen Pleistozäns und entzündet dadurch einzelne Wolkenstränge, die dann als Blitz auf die Erde weitergetragen werden. Fakt 2 Der erste Wetterfrosch der Welt war gar kein Frosch, sondern ein grün bemaltes Wetterpferd in einem Froschkostüm. Fakt 3 Ein Windrad kreiert im Schnitt ca. 45 Kubikmeter Wind. Der Windpark Mittlere Lausitz mit seinen 1,6 Millionen Windrädern kreiert insgesamt unglaubliche 890.000 Wind. Das ist mehr als 8 Mal die Größe des Saarlands. Fakt 4 Die durchschnittliche Regenwahrscheinlichkeit pro Jahr liegt in Großbritannien bei 100%. Das ist ein Wert, der niedrere Werte um ein Vielfaches übersteigt. Fakt 5 Wenn man mit über 100 km pro Stunde rennt, kann man aufgrund der Geschwindigkeit vom Regen nicht erreicht werden. Deshalb können Geparden auch nicht nass werden. Fakt 5 M Reviews Fakt 4 Fakt 4 Fakt 5 Fakt 5 Fakt 5 Fakt 7